Ruderanlagen machen ein Schiff erst manövrierfähig. Das Prinzip des Schiffsruders ist altbekannt. Gerade deshalb wohnt ihm großes Innovationspotenzial inne. Die Rotterdamer Firma van der Felden Marine Systems ist Spezialist für Innovationen bei Ruderanlagen. Die drei neuesten Produkte, die wir in den vergangenen Jahren eingeführt haben, sind S-Pak, BOSS-Systeme und der Flex-Tunnel. Das S-Pak-System ist eine Entwicklung, bei der wir zusammen mit einem Ruderhersteller nach dem wirklichen Einsatzgebiet eines Schiffes schauen und erst dann sehen wir auf der Basis von hunderten Punkten, welche Form das Ruderwerk haben muss, um optimal zu funktionieren. Das BOSS-System ermöglicht, dass wir erstmals in Echtzeit messen können, welche Auftriebskräfte auf das Ruder wirken. Je mehr Auftrieb sie mit einer geringstmöglichen Winkelstellung des Ruders generieren, desto besser, denn es entsteht weniger Widerstand und man kann trotzdem größtmöglichen Auftrieb erzeugen. Der Flex-Tunnel ist speziell für Schiffe entwickelt, die regelmäßig unterwegs sind. Es ist ein einfaches System. Es ist eine Klappe, die ausfährt, die hydraulisch von der Brücke bedient werden kann. Der Schiffsführer stellt zum Beispiel fest, dass er zu wenig Leistung hat oder er bringt zwar viel Leistung ein, kommt aber trotzdem kaum voran. Das ist typisch in seichtem Wasser und es sorgt für heftige Vibrationen. Mit dem Flex-Tunnel kreieren sie mehr Effizienz, um weiterfahren zu können. Das ist ein Standort zu bleiben. Die sind die mitf und anderen haben die problemen. Das ist ein Gesetzbesperberman, dass er wir gleich auf?! Vielleicht ein damit PRE Außen zu getreden können. Mit dem ich black-Tunnel beruft, das aber jetzt nicht so gut zu ergeben was. Das bedeutet, das wäre wichtig, das Unternehmen zu sehen.